ARD Text im Auftrag von Funk Das ist eine Liste der Dinge, die ich will. Nach der Philosophie lebe ich bis heute. Deshalb bin ich so ein Tier, mein Freund. Entschuldige, Schaf, aber ich muss dich abknallen. Er macht Schluss mit mir mal. Er bricht mir das Herz. Klaus! Ihr seid nicht mehr zusammen, oder? Woher weißt du das? Sie war gestern mit dem Zombie. Sie haben geknutscht. So ein Glatzkopf. Knutzt mit dem Glatzkopf? Ich hab mich in sie verliebt. Es hat gefunkt und wir wollen zusammen sein. Also reg dich ab. Das ist echt eiskalt. Willst du dir nicht mal ein Entharungsmittel besorgen, damit du dir den Damenbart weg machst? Hab ich einen Damenbart? Einen was? Sowas wie ein Schnurrbart. Na ja, an Tom Selle kommst du nicht ran. Vollidiot! Setz dich doch kurz zu uns. Wir haben eine super Geschäftsidee. Mehr einen Vorschlag. Was erwarte ich von dir? Haltet ihn auf! Dass ich keinen Acker mache. Wie fühlen wir uns dabei? Schwach. Sehr gut. Und überlegen? Negative Gefühle. Kommen Sie los. Ich bin so weit, ich kann nicht mal mehr wichsen. Hast du irgendwelche Wünsche hinsichtlich des Inhalts? Wie nimmt Ihre Frau die Sache auf? Den da finde ich ganz gut. Ist sie wütend? Verzweifelt? Sie ist ein paar Jahre älter. Aber sehr sportlich. Sowas wollen wir aber nicht haben, Ben. Das ist schwer verdaulich. Nur wir beide. Mann gegen Mann. Oh. Oh.